Bei der Bundestagswahl im Herbst 2013 werden rund 20 Parteien antreten und um ihre Stimme werben. Es ist Sonntag! Wahlsonntag! Das Ergebnis lautet wie folgt. Enthaltung 0% Leere Stimmzettel 83% Warum tragen Sie ein weißes Held? Meinen Sie nicht, ein so wichtiger Akt wie der das Welt hätte eine würfige Angst und überzeugte Haltung verdient? Glücklicherweise besteht das Gleichgewichtsstreben, welches das Universum in den Fugen und die Planeten in den Bahnen hält. Dass man immer auf der einen Seite etwas weggenommen wird, auf der anderen etwas in Menge, Qualität und Größe annähernd entsprechendes hinzugefügt wird. Sehen Sie also, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, in Ihrer Hand wird es nun, dieses Unglück abzuwenden. илось im Lebensgewicht Im Kindergarten